moin moin meine lieben ja sondeln in scharbeutz jetzt geht es los wie versprochen leider muss ich mir entschuldigen also beim angeln ist nichts geworden letzte woche mehr der sturm hat mir da leider einen strich durch die rechnung gemacht sturm und regen und alles wir sind jetzt hier für zwei tage an der ostsee wie gesagt meine kleine ferienwohnung genommen noch eine bisschen größere und ja tag eins heute 26.9 18 wollen wir mal gucken was hier an resten noch über ist ja war ja lange nicht wird zeit wieder klub da hinten sind ein paar sündler unterwegs oder toll steht also weit kann ich leider nicht kicken ja irgendwie wasser kaum drin hier ja irgendwie oder wird ein bisschen ja auf jeden fall ja wie gesagt tag eins ich werde zwei videos draus machen am besten schneidet nicht zusammen wird sonst zu lang also von heute und morgen denn quasi ja dann würde ich sagen bis zum ersten fund und und wie gesagt das angeln wird nachgeholt wenn das wetter mitspielt weil das war mir letzte woche doch ein bisschen zu krass ja dann wie gesagt bis zum ersten hoffentlich da ist ja ein schön frisch ja neuen grad zwar aber sehr windig jetzt im moment müll grabe ich erst gar nicht aber da haben wir denn hier ich ein verdächtigen oder was schnapps deckel schnapps deckel oder von der wasserflasche ja das ist der erste naja das hört sich ganz gut an gucken wir mal rein man hörte bestimmt durch die kopfhörer bis auf der kamera ne da haben wir ihn doch schon der erste euro der sieht noch ziemlich gut aus ja wunderbar das hätten wir jetzt auch schwer enttäuscht bei diesem signal strich von unten links nach oben rechts bei dem xy programm ja perfekt der erste schön und ein fast oberflächenfund zwei cent nach ganz dicht unter und da seht das schon oberflächenfund an rosa feuerzeug rosa oder pink rosa mhm etwas durchwachsen aber ok kicken wir rin natürlich nicht ach da ist er doch dann kron gucken her war sehr sauber eigentlich also leicht durchwachsen also ab und zu kriegt man doch mal noch ein mit von die dinger ja macht nix also wenn das jetzt nicht ist nichts ist dann weiß ich auch nicht mehr das ist ja nun ganz sauber haben wir es schon raus das sage ich doch und ich vermute mal die nächsten euro nee doch nicht sah eben von der seite so aus 20 mein 20 ja sind wir schon bei 1 22 kicken waren wo wieder sehr zwielichtig immer lieber graben auch wenn es wieder ein kronkorken ist ja irgendwie manchmal sind die auch kommen die sehr sauber rindert ist teilweise schwer meine 90 prozent krieg raus aber diese gut erhalten hier noch macht aber auch nix tun wir wenigstens was für die strände herrlich am morgen ist es ja wenn der wind nicht wer wobei die see ziemlich ruhig ist kommt er von von da drüben ja ok kicken wir rin hm oh was ist das 10 centi ne ja ja ein 10er hatten wir auch noch nicht heute platzpatronen höschen naja wir hatten was schon raus ja na da haben wir ihn schon im blitzen sehen na wo ist er hier ja ja mal nach langem wieder 1 euro finden sich immer doch noch ein paar reste aber man muss halt sehr viel laufen egal spaß an erfreund ne ja der nächste euro ach ne da und ein fünfer ja also 5 cent hm soll ich mich so täuschen jetzt hier aber ja denke nicht ich denke dass ich mich nicht täusche was ist das ja 10er oder ein 20er ja 10er kleingeldtag heute ja 10 cent jawohl 16er 70er ja ich weiß jetzt nicht wieder ein ziellaschenteil ist hier was ist das ne 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 alter alter das ist krass ich habe einen ring gefunden ha 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 alter ich dreh durch alter ne ne das ist mein erster schöner ring hier ist das gold vielleicht sogar ja scheiße ich glaube da ist ein stempel drin ja mit stempel scheiße mit stempel also hammer ja den werde ich wohl im fundbüro abgeben müssen ja da werde ich wohl nicht umhin kommen aber das ist ja mal geil ich weiß nicht was für ein gold das werten wir mal nachher aus musst du nachher mal im zimmer denn alter das ist heftig das ist heftig 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 krass ich freue mich echt ho 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 hammer ja 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 Ja, ich werde ja noch gar nicht drüber fertig, Mönnelin, damit ich ein Jahr nicht verliere. Ja, also ich bin immer noch am Knabbern hier, mit dem schönen Ring. Leider muss ich den abgeben. Gut, wenn der Besitzer sich, glaube ich, in innerhalb drei Monaten, oder wie das war, nicht meldet, dann darf ich ihn behalten. Na, ja, jetzt aber wieder schnell an meinen Finger damit, damit ich ihn gar nicht verliere. Na, ja, freut mich auf jeden Fall, ne? Ein Oberflächenfund, eine Krabbenschere, die Arme. Was ist das? Die dort hier rausguckt, oder was? Ach, Zielaschenteil. Fast so ähnlich kam der Goldring vor den Ohren mit so einem Signal, ne? So ähnlich. Na, ja. Hm. Graben, wa? Muss er hier drin stecken, irgendwo? Na? Da ist er. Ja, mal wieder ein Euro. Ja, schön. Also der Vormittag ist ja wohl heute so oder so gerettet. Ja, sehr schön. Haha, da ein Oberflächenfund, den muss heute einer verloren haben, weil ich bin doch hier schon mal ein Stück weiter lang. Na, ja, ist er. Ja, ist er. Ja, ist er. Und zwar ist er. Sauber, sauber, sauber. Die Waren. Raus haben wir ihn schon, ja. Da ist er. Und noch mal ein Euro. Ja, haha, das geht doch. Also heute bin ich ja wohl mehr als zufrieden. Hammerhart, ey. Schön. So, ich mach jetzt hier erstmal Schluss. Wir sehen uns gleich. In meiner Ferienwohnung zur Fünfzusammenstellung. Dann wird mir hier alles jetzt ein bisschen voll. Ich hab ja nicht, wo es das Ferien sind. Aber jedenfalls in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wie es mit Hessen oder so aussieht, weil hier ist alles voller Kinder. Nuschtigen Kinder, aber nicht beim Sondeln. Zu viel Fragen. Jetzt kommt man nicht vorwärts. Hab ich alles durch. Und man kann ja nicht einfach weiter loben. Man muss ja auch antworten. Gut. Ja, wie gesagt. Dann gleich. In einer Ferienwohnung. Zur Fünfzusammenstellung. So, dann nehm ich euch mal mit hoch. Da oben wohnt es. Ja. So, dann kommen wir mit rein. Bisschen dunkel hier. Ja. Da wären wir. Können wir gleich nochmal. Hab ich euch gleich nochmal. Na, sag doch mal. Schlüssel passt. Hier. So, das Mäuschen beiseite. Gleich mal meine Ferienwohnung ein bisschen vorstellen. Hier. Ja, hier ist die Küche, ne. Hier mach ich jetzt gleich die Fundzusammenstellung. Ja, hier panne ich. Ja, ich wollte nicht ins Schlafzimmer da. Also das Mära nischt. Bei den Matratzen, ne. Ne, ist zwar ganz nett, aber ne. Ich schlafe lieber auf der Couch. Hier nochmal der Clou. Und ansonsten machen wir jetzt gleich mal die Fundzusammenstellung. Die sich ja heute wirklich lohnt. Na, Fundzusammenstellung. Da haben wir sie. Ja. Ein Feuerzeug. Den Schrott habe ich heute mal nicht mit drauf. Muss ja auch nicht immer. Da sind wir bei 2,40,50,60,67. 2,67 Euro. Ja. Ja, und der Hammer heute, dieser Goldring, ne. Ich habe schon mal nachgeguckt, ist 5,85. Und dass irgendwas eingraviert wird, was ich nicht erkennen kann. Ich werde mir jetzt gleich ein Fundbüro machen hier. Äh. Und werde den abheben. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Also nach 6 Monaten. Wenn sich nach 6 Monaten keiner findet, dann... Sollte der wohl in meinen Besitz übergehen. Aber ich denke mal, den wird jemand vermissen. Wollen wir jetzt auch gerne hier in den Kommentaren irgendeinen Scheiß stellen oder schreiben. Das sind seine Rehre, ne. Das ist nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Ne. Ja. 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 Das war vom 26. mit dem Sonnen, morgen früh jetzt weiter. Ja. Da machen wir dann allerdings ein neues Video. Also, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch oder ein Abo da. Na. Also. Denn macht es erstmal gut. Hier. Von der schönen Ostsee. Oder jetzt im Moment aus meiner Ferienwohnung. Bis denn denn. Euer Andi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.